Esslingen bei Nacht, wie wir die Stadt verändern wollen, eine super grüne Veranstaltung jetzt von uns im Rahmen der Frauenwochen und es zeigt sich, dass Stadtentwicklung für alle auch eine Stadtentwicklung für Frauen ist. Wir brauchen gute und sichere Wege, wir brauchen Begrünung, wir brauchen klare Wegebeziehungen, frei von Angsträumen und dazu gehört auch, dass Fußgängerinnen und Fußgänger den Platz auf der Oberfläche brauchen und nicht nur die Autos. Hallo, also ich würde mich freuen, wenn wir in Esslingen mehr Stadtplanung als Frauensicht haben, wenn mehr Frauen mitmischen hier, wie die Straßen gestaltet sein sollen, wie die Orte, wie die öffentlichen Orte gestaltet sein sollen und natürlich heller und mehr Grün, freundlicher, einfach menschenfreundlicher.